Herzlich Willkommen auf dem Innovation Forum der EPP 2019. Ich stehe hier zusammen mit Vincent Gersbach, Business Development, Robotic and Logistics bei GPS Technologies. Herzlich Willkommen. Dankeschön, schön wieder hier zu sein. Warum nehmen Sie das als Partner am Innovation Forum teil? Ja, es ist jedes Jahr eine schöne Möglichkeit, die neuen Trends in der Elektronikfertigung kennenzulernen, zu sehen, was macht die Konkurrenz. Die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Und natürlich auch selber neue Trends zu setzen und seine Innovationen vorzustellen. Was versprechen Sie sich denn von der Teilnahme? Wir versprechen uns auf jeden Fall wieder ein interessiertes Publikum. Wir versprechen uns gute Gespräche. Das ist im Wesentlichen, sage ich mal. Was haben Sie denn als Innovation dabei? Anders zu vielen anderen Teilnehmern haben wir einen anderen Ansatzpunkt zum Thema Industrie 4.0. Wir fokussieren uns eher auf die intelligente Logistik in der Elektronikfertigung. Die Maschinen werden grundsätzlich ja immer schneller, immer moderner. Aber was auf der Strecke oft bleibt, ist die Logistik. Ich meine, in vielen Fertigungen ist es häufig leider der Fall, dass noch normale Regale, meistens dann vielleicht auch nur drei Meter hoch bei einer Deckenhöhe von neun Meter, rumvollstehen und die Operator dann Kilometer am Tag in der Fertigung damit beschäftigt sind, die Teile zusammenzusuchen und von A nach B zu bringen. Und genau das ist der Ansatzpunkt, das eben zu automatisieren und da eben große Zeitgewinne einzufahren zu können, um dann die ganze Fertigung zu automatisieren. Das klingt sehr sinnvoll. Sehen Sie bestimmte Trends in der Elektronikfertigung? Ja, wir sehen auf jeden Fall Trends. Wie gesagt, in der Logistik ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ein anderes großes Thema ist natürlich immer das Thema Schnittstellen. Durchweg innerhalb der Fertigung, also an der Fertigungslinie selbst, aber auch innerhalb der gesamten Fertigung. Es geht immer mehr in Richtung ein System, was wirklich alles steuert, möglichst wenig normales Personal zu verwenden. Es geht mehr in Richtung Robotik, es geht mehr in Richtung Automatisierung. Das sind so die Trends, die wir sehen und wir wollen genau da ansetzen. Vielen Dank, das war sehr interessant. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.